Ist das der richtige Trailer für Chapter 3? Das kann doch nicht sein, das ist Bonso. Was macht er da? Ihr habt euch schon mal gefragt, wie Chapter 3 von Poppy Playtime aussehen könnte. Und heute ist es soweit, Leute. Wir schauen uns einiges dazu an. Ich habe doch einige Videos gefunden, die sehr krass sind. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr bei Poppy Playtime Stuff immer gleich vorne dabei sein sollt. Wir gucken es uns an. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss, wir gehen rein. Digger, was ist das denn? Ein Werk von The Filmby und wir sehen, dass es noch nicht vorbei ist. Mami Longlegs wurde in den Schredder reingehauen und Daddy Longlegs ist aufgetaucht. Uff. Die wurde reingezogen und es wird nicht werden. Die Kralle, Digger. Oh mein Gott. Ist Daddy Longlegs jetzt der in Chapter 3? Nein, der wurde auch weggemacht. Aber wenn Daddy oder Mami nicht da ist, wer kommt dann? Wir wissen es nicht, aber übelst verrückt. Da ist die Kralle. Ey, das... Was? Habt ihr es gesehen? Die Augen waren anders. Die Augen waren rot. Wir gehen nochmal ein Stückchen zurück. Seht ihr das, Leute? Als Daddy Longlegs gestorben ist, sind die Augen rot geworden. Ey, verrückt. Was? Was ist das? Hä? Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Hä? Hallöchen? Hallo? Hey, Freunde. Ihr solltet vielleicht mal Daddy's Instagram-Kanal abonnieren. Äh, warte mal ganz kurz. Den! Den da oben, meine ich. Den da! Wenn ihr eine Autogrammkarte haben wollt, dann solltet ihr ja definitiv mal rausgehen. Und außerdem, glaube ich, steht Daddy's WhatsApp nochmal auch da. Also, Leute, ich muss los. Hey, verlassen wir mit und glänzt. Oh, Gott! Okay, okay, okay. Das war ja schon mal sehr eindruckschindend. Aber ich habe einen Kanal gefunden, der das Ganze noch viel heftiger verpackt hat. Der Kanal heißt Icecraft. Den könnt ihr gerne mal auschecken. Auf den haben wir, glaube ich, auch schon mal mehr oder weniger reagiert. Ich bin sehr gespannt, was der zu bieten hat. Wir gehen direkt mal rein und es erwarten uns drei Teile. Oh, hier haben wir das Chapter-Auswahl-Fenster. Also, und hier ist so ein rotes Chapter 3. Okay. Wir klicken da drauf. Und wir sind im Chapter 3 drin. Man kennt ihn. Oh, wow, 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 wow. Wir haben jetzt hier anscheinend ein anderes Bild so. Und, oh, Hagiwagi mit Krallen irgendwie fusioniert. Ist er das wirklich, Leute? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend fahren wir gerade Mami-Long-Legs irgendwo hin. Und da sind die ganzen Poster an der Wand. Und es geht nach vorne. Und wir haben diese Krallen. Mama ist auf jeden Fall tot. Und da sieht man den Blickwinkel noch mal von Mama. Und man sieht nur diese Krallen so ein bisschen. Ui, 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 ui. Es geht da zu irgendeiner Räumlichkeit. Was ist das hier? Da ist ein Rollstuhl. Diesen Raum kennen wir, Leute. Den haben wir in Poppy Playtime 2 schon mal gesehen. Da hinten ist auch irgendwie irgendwas. Aber ich kann so jetzt erst mal nicht viel erkennen. Was passiert da jetzt? Ui. Die Puppe wurde darauf gesetzt. Und sie winkt. Das war es erst mal. Okay. Sie verschwindet, Leute. Ah ja. Gut. Es gibt aber noch einen zweiten Teil. Da würde ich sagen, chippen wir direkt mal rüber. Oha. Wir haben hier zwei Grabpack, Leute. Heißt das vielleicht irgendwie, dass Multiplayer möglich ist oder sowas? Auf jeden Fall hat der Hagi jetzt vier solcher Klauenarme. Oh je. Wir befinden uns wieder zurück. Wir wissen aber nicht, wer wir jetzt sind. Wir sind die Grabpack-Typen. Okay, Leute. Also ich vermute, wir sind jetzt zu zweit in irgendeinem Gebäude unterwegs. Könnte interessant werden. Müssen wir halt mal gucken, was da jetzt gleich passiert. Aber so wie es aussieht, bewegen die sich ein Stück nach vorne. Und wir sehen hier PJ Puckett Pillar. Er ist etwas kleiner, als wir ihn kennen. Ich würde sagen, er ist mindestens dreimal so groß. Aber er ist da. Und dahinter ist so ein Candycat-Poster und so ein kleiner Gang noch rein. Unten ist ein Loch auf jeden Fall drin. Er hat sich versteckt. Der Grabpack-Mann geht nach vorne. Oh oh. Was passiert jetzt? Kommt da irgendwas hoch? Digga, da wird doch safe jemand reingezogen, oder? Er ist ins Loch gesprungen, der Grabpack-Typ. Und wir sind runtergefallen. Alter Schwede. Wir müssen einmal nach da hinten gucken. Es ist Hagiwagi mit seiner Klaue. Der da irgendwie einen Typen mit der... Ah, ein Grabpack. Typen hat er vielleicht umgebracht. Oh mein Gott. Alles klar. Gucken wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Er holt sich mit seinem Grabpack irgendwie so ein bisschen wieder hoch. Und er sieht es, ne? Alter Schwede. Was wird jetzt passieren? Geh da doch nicht hin, Mann. Leute, ganz kurz. Würdet ihr da wirklich hingehen? Hashtag Hagi, wenn ihr da hingehen würdet. Und Hashtag Wegrennen, wenn ihr einfach wegrennen würdet. Ich, ich würde wegrennen. Safe. Nicht, wenn Hagi so aussieht, aber er geht da hin. Oh nein, was passiert jetzt? Oh Gott. Hä? Hallo? Tipp ihn doch nicht an. Er tippt ihn an. Und er ist tot. Na, dann wird es jetzt wohl Zeit. Für den Mega-Trailer. Alter! Ist das der richtige Trailer für Chapter 3? Das kann doch nicht sein. Das ist Bonzo. Was macht er da? Oh mein Gott, Leute. Was passiert da? Ist das der... Ist das der... Das ist die Klaue, oder? Ach du Heiliger. Wir gucken ganz kurz. Einmal einen Ticken zurückgehen. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie diesen Roboter. Und ja, der hatte halt diese Krallen in der Hand. Und hat halt keinen Kopf mehr, ne? Der bringt jetzt irgendwie Mamelon-Lex zu Bonzo, oder was? Man sieht da noch eine Kamera. Wie sie da weg transportiert wird, ne? Boah, die Animation ist sehr, sehr krass. Also, muss ich schon sagen, Icecraft hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Bin ich ehrlich. Und es geht hier in irgendeinen Raum rein. Da ist so eine Liege vorbereitet. Was ist das für ein Room? Leute, das Poster hier oben habe ich mir tatsächlich bei mir ins Studio gehangen. Und wenn ihr möchtet, dass ich mein Studio... Da sind auch einige Poppy Playtime-Figuren, wie zum Beispiel der hier. Guck mal den kleinen, süßen Hagi an. Hallöchen. Die sind hier, die fleuchten hier überall rum. Sagt gerne mal Hashtag Studio. Dann würde ich auf jeden Fall eine Roomtour machen, sobald ich hier damit fertig bin. Ich denke mal, nächste Woche können wir die auf jeden Fall raushauen. Und dann das Poster hier habe ich zum Beispiel auch an meiner Tür. Was macht er da jetzt? Er arbeitet jetzt an Mamelon-Lex. Will er sie wieder herstellen? Nein. Er hat sich mit ihr fusioniert. Und jetzt ist Feierabend. Oh mein Gott. Leute, diese Trailer waren wirklich sehr, sehr wild, fand ich. Und ja, damit war es das auf jeden Fall auch mit geilen Poppy Playtime-Trailern. Falls ihr noch andere Videos kennt oder vielleicht auch noch heftigere Trailer, das sind natürlich alles Fan-Animations, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst ein Like für das Video da. Abonniert meinen Kanal. Checkt die anderen Creator nochmal aus von denen, die die Videos gemacht haben. Und einen schönen Tag wünsche ich euch. Kuss, Kuss. Deno. Out.